Hallo und herzlich willkommen zurück zum Garden DLC von Hausflipper. In der letzten Folge haben wir den Auftrag begonnen hier das Lagerfeuer für die Kinder zu machen. Also wir haben hier schickt die Steine für die Terrasse verlegt. Jetzt sollen wir die Feuerung Voyage stellen. Dann wollen wir doch mal gucken, was das ist. Okay, okay, das kaufen wir jetzt. Das machen wir ein bisschen weiter weg vom Haus, würde ich mal so sagen. Auf die Steinfläche, genau. Oder? Ja, wir machen das weiter weg vom Haus, ansonsten wird das zu gefährlich. So, Gegenstand anbringen, zweimal Bank mit Kissen. Das ist... Okay. Bank mit Kissen. Kissen, ja, das wollen wir zweimal. Die, die, die. So, und... Ja, sie ist so schwer, wir können sie kaum tragen. Wir können sie kaum tragen, so schwer ist sie. So, die haben wir jetzt zweimal hingestellt. Dann pflanzen sollen wir auch noch. Aber dann können wir doch die Feuerung, und wenn das nicht mehr ist, ne, dann können wir doch die hier in die Mitte stellen. Zwischen den Bänken. So, nö, dass die so dazwischen steht. So, dann sollen wir... Unregelmäßiger Baum, 1,50 Meter. Unregelmäßiger Baum, 1,50 Meter. Genau, den sollen wir zweimal pflanzen. Einmal... Und... Zweimal... Dann... Zweimal behäbiger Strauch, 1,50 Meter. Und... Einmal... Zweimal behäbiger Strauch, 1,50 Meter. Zweimal behäbiger Strauch, 1,50 Meter. Davon sollen wir zwei Stück stellen. Stellen wir einen hier hinter die Bank. Und einen hier hinter die Bank. Genau. So. Und dann sollen wir noch viermal Kugel Strauch, 1 Meter. Okay, Kugel, Strauch, 1 Meter. Eins, zwei, drei und vier. Den noch ein bisschen rüber. Den noch ein bisschen rüber. So. Damit es ein bisschen gleichmäßig aussieht, ne? Ja. So. Und alle müssen wir noch einpflanzen. Nette Arbeit. Es gibt Schlimmeres. Im Dunkeln arbeiten ist auch nicht gerade das Schönste, stelle ich mal gerade fest. Aber was soll's. Wo ist er denn da? So. Das ist ja gar nicht so schlecht, ne? Ach ja. 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 Die Musik ist wirklich so, so was von beruhigend. Ich weiß, ich sag das öfters in den Folgen, aber es ist wirklich keine so Power-Musik. Boop, 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 boop. Sondern es ist wirklich sehr beruhigend. Wirklich sehr, sehr beruhigend. Ich glaube, diesmal habe ich tatsächlich ein bisschen ein gutes Händchen bewiesen. Auch mit den Steinen bin ich eigentlich, auch wenn das ein ziemliches Hin und Her war, aber ich bin ziemlich stolz, dass es so gut gepasst hat. So, dann haben wir diesen Teil der Terrasse tatsächlich fertig. Wieso kann ich mich jetzt hier nicht bewegen? Dein Ernst? Ich kann mich hier nicht wegbewegen. Ich will mich aber hier wegbewegen. Hallo. Wieso kann ich mich denn jetzt hier nicht wegbewegen? Hä? Warum kann ich mich nicht wegbewegen? Zum Büro. Ja, ich möchte zum Büro. Das ist ja doof, dass ich mich da nicht wegbewegen konnte eben. So, und jetzt. E benutzen. Auftrag nach Überschwemmung. Ja, so sah der aus. Der Garten, bevor wir ihn jetzt fertig gemacht haben mit Rollrasen etc. Ja, das haben wir hier alles schön gemacht. Und dann sind wir eben da hinten stecken geblieben. Fand ich jetzt nicht so witzig. Aber neuer Tag, neues Glück. So. Da haben wir die Feuerstelle für die Kinder sicher. Und dann müssen wir jetzt hier, oh je, oh je, oh je, was ist denn hier passiert? Gegenstand anbringen mit Bankkissen und so weiter. Ja, wo wollen wir das denn? Wir machen das einfach mal. Einfach mal das Zelt. Atrant. Okay. Architektur. Jetzt kaufen. Das stellen wir aber hier hin. Warte mal, ein Stück zurück. Das stellen wir, nee, warte mal, das sind zwei, das sind drei. Wenn wir das jetzt, nein, wir stellen das hier hin. Dahin, auch wenn das hier nicht so toll aussieht, mit den Steinen. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wir, oh nee, das sieht ja doof aus. Mensch. Das sieht doof aus. Wir machen das hier hin. Wir stellen das hier hin. So. Was hier mit den Steinen, das ist doch doof, oder nicht? Was war das jetzt? Gehsteinplatte, ne? Ich kann das nicht so lassen, es tut mir leid. Nee, Kopfsteinpflaster, ne? Kopfsteinpflaster, 100 mal 100 war das, glaube ich, ne? Ja. Ich kann das hier irgendwie nicht so lassen, wie ich es hier vorfinde. Das würde mich zu arg abnerven. So. Das ist zwar jetzt nicht ganz hier vorne passend, warum auch immer, aber es sieht nicht ganz so blöd aus, oder? Doch, da ist eine Kante, sag das doch. Jetzt ist hier die Kante. Das hätte doch gepasst. Wenn ich die Kante nicht gemacht hätte, hätte das doch gepasst, Menno. Ja, ich hätte es jetzt hier nicht machen müssen. Aber das passt irgendwie nicht in mein Bild, dass das jetzt hier so, ne? So, Bank mit Kissen, das hatten wir ja eben schon mal. Bank mit Kissen, genau die. Und die stellen wir, kriegen wir die hier drunter? Nein, die stellen wir hier vor die Türe. Anbringbank, noch eine Bank. Okay. Bank Die San Ceska, so, diese, die stellen wir jetzt hier an die Seite. Dann haben wir Tisch groß. Tisch, Tisch groß. Und dann haben wir zweimal Bankros Bankros Kaufen viele Warte mal, das machen wir so Und so Na komm Ich will dich hier drunter stellen Dann können wir nämlich den Tisch Dazwischen stellen So Und hier, den hier Den stellen wir hier so davor Ich stehe im Weg, ne Okay, so Dann sieht das schon mal nach was aus Dann ist das hier erledigt Aufgaben sind geendet Haben wir jetzt die kompletten Aufgaben fertig? Oder ist hier noch irgendwie Nein, 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 nicht wieder hier rein Oh Hier ist alles soweit erledigt Das heißt, wir haben den Auftrag Zu 100% Oh Gott sei's gedankt Also das war ja doch schon irgendwie Ein Akt Eidet aus Ach ja Das hätte ich Nicht gedacht, dass das so schwierig wird Anstelle eines Dickigs möchte ich ein Gemüse Guten Morgen Ich habe ein Problem Ich möchte auf Diät gehen und gesundes Essen essen Nicht die Chemie, die man in den Läden bekommt Anstatt echtes Obst und Gemüse Ich habe einen Garten, aber nichts Essbares wächst darin Ich will Jetzt will ich gut essen Und statt Dschungel mit vielen Bäumen im Garten Will ich Gemüse und Früchte haben Ich bitte Sie, zumindest einige der Bäume und Sträucher zu fällen Und an ihrer Stelle einen funktionierenden Garten anzulegen Ich wünsche Ihnen eine gute Gesundheit Barbara Kepa Also wir sehen Wir haben schon einige Aufträge Was den Garten betrifft Erledigt Und ich glaube Ich fange diesen Auftrag Tatsächlich auch noch an Ja, wir fangen den jetzt einfach mal an Irgendwann müssen wir das ja mal machen Oh je, der ist aber groß Ich glaube, da müssen wir einige Bäume fällen Wir werden sehen Wir haben ja gelernt Wir sollen ja unten ansetzen Beim Bäume fällen Wie sieht das jetzt eigentlich aus Bei unseren ganzen Verbesserungen Wir haben überhaupt Schon seit Ewigkeiten Keine Punkte mehr bekommen Hier Da geht noch was Da geht noch was Axt Ach, das war die Axt Ach, deswegen hatten wir die schon Okay Na gut Ach, du himmlischer Gegenstand entfernen Nadelstrau Verbreite Streute Form Das ist jetzt was Teppichform Ist das jetzt Teppichform? Ja Okay Pflanze zehnmal Erdbeere Pflanze fünf Himbeerbüsche Okay Zehn Erdbeere, fünf Himbeerbüsche Okay Fangen wir mal mit den Himbeerbüchen an Glaube ich Wir fangen mal mit den Himbeerbüchen an Ich schätze mal, die sind größer Himbeerbusch Fünf Stück Eins Zwei Drei Ups Drei Vier Und Fünf Und jetzt Erdbeeren ziehen Na gut Erdbeeren zehn Stück Erdbeeren zehn Stück Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Und Zehn Dann haben wir hier ja schon erledigt Mensch Das sieht ja schon mal gut aus Hoffe ich So Jetzt hier Ach du himmlischer Schneidebaum Vier Bäume Das sind diese hier Diese zwei Wie lange muss man den denn fällen Ok Ok Und der hier auch der große Ach du himmlischer Das ist aber nicht nett Den großen hier zu hauen Aufs Haus Aufs Haus Und er versinkt Im Boden Und dann ist das wohl Dieser hier auch noch Der ist schon total schief Hm Ich Du Nu Du 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 Ja, dann sind diese beiden Sachen schon erledigt Und du auch Gegenstand empfehlen, behäbiger Strauch Gegenstand, ach, behäbiger Strauch Was ist denn hier, behäbiger Strauch Ich sollte den wahrscheinlich nicht entfernen, aber Gegenstand anbringen, okay Ich glaube, wir haben hier genug entfernt Also Pflanze Pflanze, 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 Pflanze Gegenstand anbringen Holzkompostierungsanlage Ach du Holzkompostierungsanlage Jetzt kaufen Ja, die würde ich jetzt mal hier so Bisschen aus dem Weg Pflanze, viermal Gurke Viermal Gurke Das ist eine schöne Pflanze Dann haben wir hier viermal Gurke gepflanzt Pflanze, zweimal Busch, Tomaten Tomaten Tomatenstrauch Okay Tomaten Strauch Davon brauchen wir zwei In der Nähe von den Gurken In der Nähe von den Gurken sollte sich das Interagieren mit den Pflanzen Ach, ich muss hier auch noch pflanzen, na toll Mit unserer Riesenschippe in dieses kleine Buddelloch Na gut Dann haben wir die hier schön auf den Rasen gepflanzt So, dann ist der Tomatenstrauch auch fertig Naja, sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, ne Zweimal Zucchini Zweimal Zucchini Oh, die sind riesig Ähm Ne, warte mal Die drehen wir mal so ein bisschen Genau, die werden wir eine hier hin pflanzen Und Drehen wir die noch ein bisschen Die andere werden wir hier hin pflanzen So, viermal Busch-Tomate Busch-Tomate Genau, davon sollen wir vier Stück kaufen Haben wir da nicht von welchen schon? Ach, ne Egal Viermal Busch-Tomate können wir Einfach mal vor die Gurken Da kann man so einen schönen Weg zwischen lassen Genau Eins Zwei Drei Und vier Natürlich müssen wir die auch einpflanzen War ja klar Loch ist vollständig gegraben Aber doch Alle schicki Das nennt man dann gesunde Ernährung Also ich hätte mir ja schon noch ein bisschen mehr Grün gewünscht Aber Ähm Naja So So Das war das Das sieht doch gut aus Pflanze zweimal Gartenkürbis Also irgendwie hier auf dem Schutt Macht mir das keinen Spaß Das zu pflanzen Ich weiß nicht Wie ihr das seht Aber Gartenkürbis kommt vor die Zucchini Weiß ich jetzt schon Gartenkürbis 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 Ich muss tatsächlich Gartenkürbis schreiben Gartenkürbis Genau Davon kaufen wir auch zwei Stück Da war klar, dass sie groß sind Ähm Die drehen wir mal so ein bisschen Die legen wir hier so ein bisschen Vor die Zucchini Ach, die sind so schwer Da kann ich mich kaum bewegen So Dann haben wir die auch Und dann brauchen wir noch mal Zehnmal Karotte Ja, die Karotte werden wir dann hier auf diesem Schutt hinterlassen Ist ein bisschen doof Aber was soll's Also normale Karotte Normale Karotte Das ist ein bisschen witzig, oder? Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Gut Dann haben wir hier die Aufgaben erledigt Wir hätten das vielleicht noch ein bisschen besser verteilen können Aber So what Was soll's Dann haben wir hier noch mal drei Bäume Wo wir hacken müssen Ach ja Den Und den Und den riesigen hier auch noch So Schneide den Baum Was Hab ich alle drei Pflanze Die Pflanze Jona Gold Jona Gold Okay Jona Gold Davon sollen wir eine pflanzen Das ist gut Stellen wir schön hier einmal mittig Genau Und dann kommt noch der Mittlere Pflaumenbaum Aber erst mal diesen hier Jona Gold Und hier stellen wir noch mal den mittleren Pflaumenbaum auf Mittlerer Pflaumenbaum Ja den stellen wir hier hin Das schaffen wir Dann machen wir hier einen schönen Gemüsegarten Obst und Gemüse im Überfluss So Das ist auch erledigt Hier hätte quasi noch viel mehr hängen gekonnt Hey der los Sag mir nicht Ich soll jetzt hier vorne auch noch alles weg tünen Tüten tünen Wo ist denn hier jetzt noch Hä Ich verstehe die Problematik gerade nicht So Hier Hier sollen wir Sechs mal amerikanische Heidelbeere und sechs mal Himbeerbusch Amerikanische Heidelbeere kaufe viele Eins Zwei Drei Vier Fünf Und sechs Und dann Himbeerbusch 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 Davon kaufe viele Und dann machen wir jetzt hier Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs So dann haben wir das hier auch erledigt Aber irgendwo da drüben ist noch die Fünf Und ich weiß aber nicht wo Ach hier Gegenstand entfernen Sechs mal Kugel Strauch Och jetzt geht das hier schon wieder los Also Das kann weg Das ist der Kugelstrauch Okay Das ist der Kugelstrauch Und das ist der Kugelstrauch Und Der hier noch Okay Pflanze Die Pflanze Vier mal amerikanische Heidelbeere Ach ja Ameri Karnische Heidelbeere Vier mal Kaufe viele Eins Zwei Drei Vier So Zwei Johannesbeere Zwei Johannesbeere Eins Zwei Kriegen wir den Auftrag Tatsächlich Fast fertig Das wäre ja ein Hammer Das wäre ja der Hammer Ich weiß wir sind schon wieder ein bisschen über die Zeit Aber ich glaube den Auftrag fertig zu machen Ist jetzt die Prio Die ich habe So und dann noch zweimal Zierquitte Äh nicht das Haus Garten Zierquitten Zierquitten Ja Oh gar nicht so schlecht Gar nicht so schlecht Ich habe gedacht wir würden den nicht schaffen Aber Wir haben ihn geschafft Gott sei es gedankt Wir haben tatsächlich den zweiten Teil vom Lagerfeuer Von der Lagerfeuer Aufgabe geschafft Und Obst und Gemüse Mein Gott Ja Ja ihr Lieben Das war es Ich schaue noch mal kurz in mein Da ist tatsächlich nur noch eine E-Mail Und die machen wir in der nächsten Folge Für mich ist es sogar dann schon die nächste Aufnahmesession Denn ich habe jetzt meine vier Folgen voll Ich hoffe ohne große Patzer Ohne große Katastrophen Ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein Wenn es heißt das Garden DLC von Hausflapper In diesem Sinne macht's gut Ciao und bye bye